Sieh dir all die Geräte an! Da lernt man die ganze Arbeit schätzen, die in den Boden fallen steckt. Darfst du es? Ja, Sekunde! Okay, ich hab hier ein Gewicht für die Wippe. Meinst du, dass es geht? Wie überall eine Kiste rumsteht. Das ist bezweiflich. Ja, ja. Na also. Nein, 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 nein! Schnell, 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 schnell! Boah, wenn wir Sam nicht hätten, ne, dann wäre ich längst runtergeflogen. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los! Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt? Wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Dann gewöhn' ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, oh, oh! Nicht anfassen! Was? Wieso? Sieh genau hin. Ja. Ist das einzig wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Es ist wieder ein Test. Abgeh. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Na ja. Ziemlich. Ziemlich. Muss reichen. Okay. Aber nur eine. Abgeh. Schon klar. Bitte sei keine Falle. Eine Karte. Kennst du die Form? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol. Das Weltall. Ja. Oh, habe ich mich erschrocken. Es war so laut. Ah, scheiße. Sie meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fensterwerfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen, erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, ähm... Wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie Srave überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Na ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Ah, es ist laut. Meine Güte. Ja, lauf doch! Ja! Nathan! Nein! Oh mein Gott! Nathan! Oh, Mann! Raus da! Ich gebe Senkung! Mach ich! Oh, ich muss immer so mitfiebern, ey. Ich mag jetzt noch sterben. Sehr geil! Schnelle runter von dem Ding! Du bist du oder die? Komm schon, komm schon! Schneller, schneller! Ja! Gefällt dir das? Schön unten bleiben! Scheiße! Ja, wie komme ich denn da ran? Achso. Ja! 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 Ich bin da... Was geht's? Nein, nein, nein! Was geht's? Hey, Sam! Komme! Nein, die Fälle! Wohin ist Weges? Durch dein letztes Gebet! Alter! Ich sterbe! Gute Arbeit! Scheiße! Nathan! Nein! Oh Mann, muss das sein? Okay, raus hier. Ja, 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 ich bin doch schon auf dem Weg. Oh nein, nein, nein! Raus da! Oh mein Gott. Oh Mann! Schieß auf! Auf dem Weg! Die Gesinze! Verdammt, ey! Ich hör das Feuerwerk nicht hier! Was zum Teufel ist los? Bleib im Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg! Ja, das dachte ich mir. Haltet durch! Ich bin bald da! Okay, bestimmt kommen wir jetzt noch mehr Geballere. Oh ja. Ach, bitte. Hä, krass auf das Geschütz auf! Ich hab eins! Reißen wir das Ding aus! Bevor noch einer rangeht! Schnell, 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 schnell! Jetzt bin ich da! Ja, aber... Ja, stirp, stirp, stirp! Yay! Oh... Ich sehe keinen. Oh... Da oben sind noch mehr! Ja, komm schon! Entschuldigung! Auf geht's! Auf das Gerüst! Achten! Guter Schuss, kleiner Bruder! Einer will! Wir sind sicher! Der Junge, hier oben kann ich nicht landen! Schafft ihr es zum Wasser? Ah! Schande Schnell! Ah, lande mal! Irgendwie kommen wir zu dir! Kann ich da hochklettern? Ok.... Das war nie. Ich seh nichts. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Nein. Oh, siehst du nicht. Geh auf das Flugzeug. Behalte dich. Das kommt an der Tag hier! Wo hin? Nach oben? Da doch hier rein. Der Ballot! Mach sie bereit! Das wird übel! Starte! Los! Los! Ich liebe das! Ich liebe das!